Wir haben die Wände nicht ganz gezwungen in den Nebenraum. Da ist ne Achtung. Schnell hoch in den Nebenraum, so stürmen. Wir rushen, oder? Wir rushen alle Männer. Alles mal reinrennen. Warte, dann mach ich vorher, äh, meine Brenngranaten. Ja, hinter Tür, mach. Ja, klar. Oh! Natürlich. Komm, noch einer links bei mir. Super rushen. Noch einer. Der verbleibender Gegner. Oh my god. Oh my god. verletzt nix da wo wart ihr denn wo wart ihr denn der war neben raum tut ihr so was sagen könnte ich stand direkt an der seite so schnell konnte ich nicht erst einmal geschossen